genau das war knapp das war auch knapp die grobe Kelle auf kurze Distanz genau ein Schlag noch der ist tot und geschafft Ring des Unheils ihr habt gesiegt Wetterseele Seele Held 60.000 zusätzliche Seelen noch eine Wetterseele und eine Nachricht ein Drache hoch über den Himmel außer Sichtweite des bloßen Auges ja das sind Spielnachrichten also vom Spiel nicht von anderen Spielern und damit war Kala mit gemeint dass er normalerweise viel über den Canyon fliegt den ganzen Canyon in Feuer taucht so öffne dich eine graue Scholle sehr schön und da hinten liegt noch was ja also dieser Kampf war wirklich der heftigste überhaupt und wir haben ihn mit 5 Flakons überlebt so noch 5 äh 3 Großfeine und noch eine Nachricht wenn nur Adlerauge hier wäre wobei das eigentlich Hawkeye also Falkenauge ist so ich benutze jetzt definitiv ein Heimkehrknochen so und jetzt lasst mich hier raus aus dem Eddon ich möchte gerne erst einmal zum äh Feuerbahn schreien so mich da kurz einlocken oh seelenausgeben natürlich nebenbei ich kann mal kurz Friend besuchen und bei ihm die beiden Goldmünzer lassen abgeben Hi Friend äh ja Gegenstand verkaufen ich habe hier nämlich erst bei Augen des Todes Elisabeth Pilze sind sehr viel wert die möchte ich gerne loswerden Läuterungssteine ja vier Stück loswerden einbeseitiger behalten wir mal göttlicher Segen Brandbomben und Wurfmesser kann ich verkaufen Brandbomben hier auch mit Kühlchlein Seelen 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 Abfall und zweimal goldene Münze und geborstener roter Auge Apfel kann auch weg so gut aufsteigen reicht reicht für zwei Level Ups bei Zauberei noch ein Slot zu haben wäre nicht schlecht aber ich gehe mal jetzt wieder auf Stärke und dann auf Beweglichkeit das beides mal auf 30 kommt so und jetzt besuchen wir den Sündenprediger oben in der Kirche mal kurz gucken wir sind ja noch in der Wache der Prinzessin übrigens die beiden Zauber die wir bei dem Pisakas also die beiden Wunder die wir bei dem Pisakas in den Archiven des Herzogs gefunden haben die funktionieren nur wenn man in der Wache der Prinzessin ist aber die beiden Wunder verbrauchen halt auch sehr viel Wille 48 und 36 und verbrauchen auch zwei Zauberslots und sind eigentlich auch nur reine Multiplayer Items so ich will mal gerade kurz gucken verstärkte Zauberbarriere Auffrischung Heilung habe ich zweimal aber große Heilung habe ich noch gar nicht gekauft von ihr hier übrigens wäre sie jetzt mittlerweile tot hätten wir mit ihr nicht gesprochen dann hätte Petrus sie ermordet ja ich hätte eigentlich gerne große Heilung kostet 10.000 das ist kein Problem wir haben genug Seelen dumm 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 hoffe ich mal nein reicht eben genau nicht deswegen noch eine Soldatenseele hinterher und ja man sieht ich habe verdammt viele Batterien und das war eigentlich die falsche aber egal Gegenstand kaufen große Heilung ja so und jetzt hoch zum Sünden Prediger den Eid auflösen dürfte recht einfach klappen ich kann mittlerweile denen hier die das Schild aus der Hand schlagen was ich sehr toll finde so hi Jungs äh ja sterbt einfach kommen ganz schön viele von euch so hacken wir uns einmal kurz durch so weg mit dir weg mit dir so das werden wir noch ein paar Mal machen müssen jetzt will ich erst einmal ein paar Anknüpfungen machen einmal hier hoch bitte da das Ganze nämlich eine Story ist will ich einige Sachen der Vollständigkeit halber noch erledigen wir haben nicht mehr viel wir haben nur noch die Dämonenruinen und was dahinter liegt und wir haben den Boss im Finsterwurzgarten und die vier Könige Vergebung bitten hast nicht gesündigt ja 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 Eid widerrufen dankeschön okay Eid ist widerrufen gut nächster Schritt neuer Eid den wir da auch gleich wieder widerrufen werden so hier kurz runter hier schnell runter aber ne ich nehme lieber das Leuchtfeuer das geht schneller als mich hier einmal durch zu hauen so da runter und ja ich könnte auch das Leuchtfeuer in der Gemeinde der Untoten nehmen aber nö so es ist immer wieder schön zum Feuerbahnschrein runter zu kommen so Feuerbahnschrein so der fast total verlassen ist bis auf den Magierlehrling da hinten Petrus und den Pyromanten auch und Patches teleportieren bitte zum Sonnenlicht Altar genau wir haben nämlich jetzt 30 Wille und die 30 Wille helfen uns am Sonnenlicht Altar genau denn wenn wir 30 Wille haben steht er hier am Sonnenlicht Altar beten können wir die Geste gelobt sei die Sonne erlernen die Solia gerne hier benutzt aber wir können auch mit Solia reden bevor wir den Eid leisten natürlich wollen wir uns den Sonnenrittern anschließen wir wollen nämlich so immer werden wie Solia aktuellen Eid widerrufen und diesen Eid leisten ja dafür sind wir hier so so wunder blitz spiel du hast ein eid geleistet ok ok ja jetzt können wir theoretisch hier beten und sonnenlicht mit italien darbieten wir bräuchten aber zehn stück allerdings und wir haben gerade mal fünf also reden wir noch mal im Solia ja jetzt sind wir im selben Verein wie Solia ja und er hat nichts Neues mehr zu sagen gut dann heißt das jetzt wieder zurück zur kirche und ich nehme diesmal doch den weg über den schmied so jetzt haben wir nämlich den sonnenlicht speer bekommen den ich eigentlich auch gerne hätte für das was uns bevor steht und ja ich werde wahrscheinlich wirklich demnächst mal zwei punkte in mehr zauber slots setzen weil einen vierten zauber slot zu haben wäre nicht verkehrt wo hier macht mir gar nichts mehr aus passt das ist schon mal schön zu wissen so das könnte aber trotzdem immer noch gefährlich sein deswegen schalte ich euch schnell aus so sie kniet immer noch hier und betet da lasse ich sie auch wenn ich nämlich alle ihre Wunder aufkochen würde wäre sie eine Hülle in den Archiven des Herzogs und die Aussicht gefällt mir für sie nicht so sehr eigentlich für keinen Char in diesem Spiel für keinen NPC nicht mal Patches also zur Hülle zu werden ist ein Schicksal das ich keinem wünsche nicht mal den armen Seelen hier wow das war jetzt mal eine große Seelenansammlung so den Eid lösen wir jetzt erst einmal wieder auf auch wenn es total sinnlos ist dumm 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 ich hätte es eigentlich auch anders drum machen können intelligenter gewesen aber ne es ist schön den Blitzspeer den kleinen zu haben den können wir nachher auch gleich ausrüsten bei Sturzkontrolle werden wir wahrscheinlich nicht mehr so schnell brauchen obwohl noch brauchen wir den Blitzspeer eigentlich gar nicht so Eid wieder rufen so verlassen haben dann dann